Heutzutage müssen Sie mit immer weniger immer mehr erreichen. Sie sollten Ihr Sortiment und Ihren Support ausweiten und all das günstiger, schneller und nachhaltiger als bisher. Doch beim Supply Chain Management entstehen immer wieder versteckte Kosten. Logistik, Verwaltung, Service und Account Management treiben nicht nur die Ausgaben in die Höhe, sondern denken Sie auch an den Zeitaufwand, der bei der Rechnungsbearbeitung oder Problembehebung entsteht. Mit günstigen Büroklammern alleine sparen Sie kein Geld, denn ein wirklicher Partner bietet Ihnen außerdem ein umfassendes Sortiment und erstklassigen Service als Komplettpaket. Wie wäre es also, wenn Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort bekommen würden? Das macht Ihren Arbeitsalltag deutlich leichter. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Bürostühle und Ihre Kaffeemaschine beim selben Anbieter bestellen. Genauso wie diese kleinen praktischen Zuckerbeutelchen. Und dazu noch Papiertücher und Reinigungsspray für die kleinen Tücken des Arbeitsalltags. Und, wenn wir schon einmal dabei sind, wie wäre es mit Technikartikeln, Bürobedarf und allem, was Sie für die Einarbeitung Ihrer neuen Mitarbeiter brauchen? Auch an Ihre Kollegen im Lager ist gedacht. Wie wäre es, wenn dieser Lieferant auch noch Aufbewahrungssysteme, Luftpolsterfolie, Verpackungen und Sicherheitsartikel anbieten würde? So läuft Ihr Unternehmen rund und die Mitarbeiter sind gut geschützt. Bei uns werden Ihre Anforderungen ernst genommen und Sie erhalten individuelle Lösungen, die weit über hübsche Briefbögen hinausgehen. Wie wäre es zum Beispiel mit ansprechenden Verpackungen? So kommen Ihre Kunden sicher gerne wieder. Und wäre es nicht toll, wenn Sie auf all diese Leistungen über eine einfache Oberfläche zugreifen könnten, ohne den Überblick über Ihre Ausgaben zu verlieren? Es ist egal, in welcher Branche Sie arbeiten, wie groß Ihr Unternehmen ist oder wie viele Paketerhaftnotizen Sie in der Woche verbrauchen. Staples ist für Sie da. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihren Geschäftserfolg brauchen. Natürlich auch zahlreiche, besonders umweltfreundliche Produkte. So können Sie sicher gehen, dass all unsere Artikel ethisch unbedenklich und nachhaltig hergestellt werden und Sie auf umweltfreundlichem Weg erreichen. Wir stellen uns unserer ökologischen Verantwortung und helfen Ihnen dabei, es uns gleich zu tun. Und so sieht es aus. Von Kopieren über Sonnencreme, von Klopapier bis Salatschüsseln, von USB-Sticks bis hin zur Milch. Sie brauchen es? Staples liefert es. Verantwortungsbewusst hergestellt und effizient zugestellt.